Es gibt so Spiele, auf die man sich wirklich richtig freut und die dann immer wieder verschoben werden und einfach nicht erscheinen. Skull & Bones war genau eben ein solches Spiel. Nun gibt es einen neuen Gameplay-Trailer und, sagen wir es mal so, der Laden brennt etwas. Nicht nur ich bin wirklich ziemlich enttäuscht, sondern auch viele andere. Und das merkt man auch, wenn man mal guckt, wie viele Dislikes der Trailer bekommen hat. Und ja, mit einigen Tricks kann man wieder den Dislike-Button auf YouTube einblenden. Stellt euch vor, ihr spielt einen Piraten-RPG. Vor euch liegt eine gigantisch große Open World, in der ihr viele Quests und Abenteuer erleben dürft. Ihr fangt klein an und mit der Zeit bekommt ihr euer eigenes Schiff und heuert eure Crew an. All eure Crew-Mitglieder sind ausgearbeitete NPCs mit einer eigenen Backstory. In dem Spiel selbst habt ihr eine spannende Haupt-Quest, in der ihr sehr viele aufregende Entscheidungen treffen dürft. Es obliegt euch, ob ihr ein guter Pirat oder ein richtiger Halunke werdet. Ihr könnt euch zahlreichen Organisationen anschließen oder aber komplett euer eigenes Ding machen. Klingt nach einem fantastischen Spiel, oder? Nun, das ist Skull & Bones nicht. Das, was uns der neue Ubisoft-Trailer zu Skull & Bones geliefert hat, ist gänzlich ein anderes Bild von dem Spiel, wie ich es eigentlich in meiner Erwartung hatte. Und das zeigt vor allen Dingen eins, dass Ubisoft in einem ziemlich großen Dilemma steckt. Gerade von den sogenannten Hardcore-Spielern, also denjenigen, die schon seit einer langen Zeit Spiele spielen und große RPG-Fans sind, gibt es eine Menge Kritik an den letzten Ubisoft-Spielen, die herausgekommen sind. Die alte Ubisoft-Formel setzt sich einfach nicht mehr durch und trotzdem versucht es Ubisoft immer wieder und wieder. Im Fall von Skull & Bones ist das wirklich besonders ärgerlich, weil man ja sogar einen Teil der Community mit einbezogen hat. Man hat Fragen gestellt und man hat auch ehrliche Antworten bekommen, aber dann auf die Empfehlungen einfach geschissen. Stand jetzt ist Skull & Bones ein Spiel, in dem wir schon ein Pirat sein können, wo wir sogar unseren eigenen Charakter erstellen dürfen. Aber es geht nicht darum, eine spannende Geschichte zu erleben, sondern das Ganze ist einfach nur eine reine Piraten-Sandbox. Wir sind meistens auf dem Schiff unterwegs und dürfen Schlachten erleben. Die Motivation entsteht durch eine klassische Grind-Spirale. Das heißt, wir fangen mit einem kleinen Schiff an und arbeiten uns immer weiter hoch und hoch. Wir schustern uns ein besseres Schiff zusammen, bekommen Crewmitglieder und rüsten ordentlich die Waffen auf. Die Motivation dahinter ist denkbar stupide und einfach. Wir wollen schließlich der mächtigste und größte Pirat der Meere sein. Es ist dabei uns nicht möglich, irgendwie dieses Schiff zu verlassen. Es gibt zwar Hubs, aber die machen logisch gesehen gar keinen Sinn, wenn man mal näher über sie nachdenkt. So gibt es überall kleine Inseln bzw. Orte, die als Unterstupf fungieren, wo wir Altauchhandel betreiben können und Waren tauschen dürfen. All das hätte man bereits in das Menü einfach mit integrieren können. Hat man aber nicht gemacht, weil man muss ja auch irgendwie mal den eigenen Charakter sehen. Sonst machen ja die ganzen Kosmetics und Mikrotransaktionen, die man später da draufhauen wird, und die wird es sicherlich geben in Hülle und Fülle, keinen Sinn. Selbstverständlich darf man in Skull & Bones von Ubisoft auch komplett sein Schiff anpassen. Nun, das ist zwar eine schöne Sache, für mich aber nicht das Hauptargument, ein Piraten-RPG zu kaufen. Wie man merkt, handelt es sich aber auch bei Skull & Bones gar nicht um ein RPG mehr. Unser Held ist auch nicht in der Lage, irgendwie mit dem Schwert oder irgendwelchen Waffen zu kämpfen. Heißt, ihr könnt beim Entern eines anderen Schiffes selbst nicht aktiv werden und in das Geschehen eingreifen. Die Nahkampf-Action, wenn man so möchte, fehlt also komplett in Skull & Bones. Das gleiche gilt auch für das Crafting-System, denn wir müssen natürlich, um unser Schiff weiter abzugraden, zahlreiche Ressourcen sammeln. Die findet man überall verströnt auf der Map und auch hier wieder müssen wir nicht mal das Schiff verlassen, um die abzufarmen. Wir fahren da mit unserem Schiff einfach hin, es gibt eine nette kleine Animation, unten bewegt sich ein Balken, dass wir warten müssen. Und ja, so ist im Kern das Ressourcensammeln aufgebaut. Das ist etwas langweilig. Warum darf ich nicht selbst das Schiff verlassen, um mit einer Axt selbst die Palme zu fällen? Warum wird auf ein so wichtiges Element, wie zum Beispiel das Stürmen eines anderen Schiffes, mit dem Säbel verzichtet? Warum kann ich mit meinem Helden nicht frei irgendwelche Inseln betreten und dort weitere Abenteuer erleben? Ja, ganz klar, diese Trailer zeigen sich immer von ihrer besten Seite. Aber, wird das Ganze dann auch wirklich Spaß machen? Ich habe da wirklich heftige Zweifel dran. Die ersten 10 Stunden wird diese Loot- und Grind-Spirale vielleicht etwas motivieren. Man wird ein bisschen Bock haben, ein paar Schiffe abschließen und danach wird man aber relativ schnell sämtliche Taktiken der KI kennen. Und dann macht man eigentlich die ganze Zeit nur das Gleiche. Eine Ressource nach der anderen Farme, immer das nächste Upgrade ausrüsten, damit man noch mitkommt auf dem Ozean und so weiter und so fort. Und dann, genau in dem Moment, wo man schon keinen Bock mehr hat auf das Spiel, erscheint auf einmal im In-Game-Shop ein super geiles Angebot für ein Ressourcen-Paket, was deutlich günstiger ist als sonst. Und weil man unbedingt auf Level 100 kommen möchte, kauft man sich dieses verfickte Paket. In erster Linie ist das vor allem sehr schade. Ubisoft hat bei Skull & Bones und generell scheinbar aus der Kritik der letzten Jahre nichts gelernt. Statt bessere Spiele aufzubauen, schmeißt man einfach jetzt noch mehr Sachen aus den Spielen heraus, um eine noch größere Sandbox zu kreieren. Es geht nicht darum, den Spielern ein einzigartiges Setting zu geben, mit einzigartigen Quests und Aufträgen. Nein, man ist sogar inzwischen so dreist, dass man sogar im Gameplay-Trailer quasi einem ins Gesicht schreit, dass es sich bei diesem Spiel nur um Beschäftigungstherapie handelt. Ubisoft scheint auch nicht verstanden zu haben, warum Assassin's Creed Black Flag ein solch großer Erfolg gewesen ist. Wegen diesem Spiele hat man ja überhaupt an Skull & Bones angefangen zu arbeiten. Die Leute fanden es einfach damals geil, in die Rolle eines Piraten zu schlüpfen und selbst die Meere zu erkunden. Es ging dabei nicht nur um die Schiffskämpfe, die natürlich sehr interessant sind in Black Flag, sondern es ging vor allem um die Fantasie darum, ein Rollenspiel zu haben, wo man ein Pirat sein kann. Mit allem, was dazugehört. Ein guter Vergleich, der mir hier einfällt, ist Red Dead Redemption 2. Der perfekte Western-Simulator mit unglaublich vielen Details und einer ziemlich packenden Story. Sowas wollten die Leute haben, halt nur im Piraten-Setting. Und das hätte so viel Potenzial geboten. Die Schlachten mit dem Schiff auf den Meeren wären da nur ein wesentlicher Faktor gewesen. Doch leider zeigt bereits Ubisoft bei dem Gameplay-Trailer, dass sie nicht gewillt sind, diesen Traum von vielen Fans umzusetzen. Und dann frage ich mich, warum die uns überhaupt gefragt haben, was für ein Spiel wir haben wollen. Die traurige Wahrheit ist, dass Skull & Bones dennoch seine Käufer finden wird. Es gibt viele Leute, die leider diese Hintergrundgeschichte nicht wissen. Einfach weil das Ganze nur mit Piraten gelabelt ist, wird das Ding sogar ein ziemlicher Erfolg werden. Zumindest finanziell. Die Hardcore-Gamer werden natürlich weiterhin unzufrieden sein und sich dieses Spiel einfach nicht kaufen. Die Fachpresse wird wie immer eine viel zu gute Bewertung für ein solches Spiel abgeben. Und allerspätestens dann, wenn die ersten Updates und DLCs herauskommen, wie auch immer die aussehen mögen, wird man nochmal versuchen, Skeptikern das Spiel zu verkaufen. Ich persönlich werde mir definitiv allerdings nicht Skull & Bones holen. Ich habe keinen Bock mehr auf eine sinnlose Grind-Spirale. Ich möchte die kleinen Details finden. Ich möchte geile Geschichten erleben und endlich wieder Dinge und Orte erkunden, die ich in meinem normalen Leben niemals sehen werde. Ich möchte questrelevante Entscheidungen treffen. Ich möchte darüber bestimmen, ob ich gut oder böse bin. Und ich will unbedingt in einer Piratenschenkel auf irgendeiner verlassenen Insel, wo es nichts anderes außer rumzusaufen gibt, eine fette Schnegerei beginnen. Nerviges Sammeln von Ressourcen, was letztendlich nur dazu dient, dass man dann im In-Game-Shop irgendwelche Ressourcen-Packs bewirbt, wie das ja schon übrigens in den letzten Assassin's Creed-Teilen der Fall gewesen ist, oder das stupide, ständige Aufrüsten des eigenen Schiffes. Das sind einfach alles Elemente, die nichts für mich sind, aber Skull & Bones sein Augenmerk drauflegt. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie Werbung für Games immer schlimmer wird, dann klick dich unbedingt hier in dieses Video. Ach ja, wenn du meine Videos magst und sie gerne häufiger sehen willst, dann abonniere doch einfach meinen Kanal, so werden sie dir häufiger vom Algorithmus vorgeschlagen.